Kein Bock auf... Oh, hi. So, jetzt. Hey! Was muss ich sagen? Das gleiche wie letztes Jahr. Schon wieder das? Ich hab keinen Bock mehr, ne? Ich kündige, wer bin ich, ja? Hi, ich bin Khan Jobs. Hilf mir. Und wir haben wieder was Neues geschafft. Der neue Mac. Kack. Max. Flats. Plus, minus, mal geteigt. Punkt, vor, Strich. A, M, K. Dieses Jahr sind die neuen Funktionen. Wir haben keine. Bruder, das ist der gleiche wie davor. Was hat sich geändert? Nix, ja nix, gar nicht. Aha doch, jetzt musst du deine zweite Nähe verkaufen, um dieses Scheiß zu bekommen. Bro, warum nennen wir unsere Sachen Apple? Das hat doch nichts mit einem Apfel zu tun. Bruder, sei mal ehrlich. Unser Motto ist ganz einfach. Bleib gleich. Werde teurer. Und sei ein Geldgeiler Hohenzoll. Weil uns die Ideen ausgehen und wir noch mehr Geld haben wollen. Ich hab doch gesagt, wir sind Geldgeiler Hohenzoll. Haben wir hier das neue iPhone? Stop, Cut! Nein. Nicht iPhone, das Ei. Unnötig. Meine Fresse. Habt ihr Durst? Dann haben wir hier den Apple. Applejuice. Die Äpfel des Saftes sind aus dem frischsten Apfelboi. Boah. Hä? Äh. Wir haben doch gesagt, wir sind Selfmade. Pff. Unsere Geräte wurden immer größer und größer. Aber es war uns nie groß genug. Darum haben wir hier das neue. Hu, hu, hu. Uchumucha longtong fat. Tschüssi plus. Max, 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 max. Zum Film verwende ich hier das iPhone. Der Akku hält lange und bombenfest. Und durch das letzte und vorhin noch dedication. Ich bin als nächstes Mal oder zu Ende mit sich. Ich habe das Gefühl, ich habe das光 gehalten. Ich habe das Gefühl, ich habe das Gefühl, ich habe mich immer versucht, Es ist natürlich, ich glaube es nicht möglich, das Kulac ist möglich. Aber ich muss mich, das Gefühl nicht nur mehr kommt.